was geht youtube und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf dem kanal scorpion place heute ist der markt dabei gabs ich heiße gabs ganz genau leute und zwar machen wir heute das nächste mal fortnite klasse in cod guckt euch mal an welchen charakter ich hier nach gebaut habe ich blende jetzt das original von fortnite ein ich würde sagen das ist echt fast 1 zu 1 oder gabs wie siehst du das? 1 zu 1 eindeutig sehe ich ganz genau so ich bin noch in deiner lobby drin ja egal ich habe dir noch bilder geschickt ja ich weiß eh so heute streame ich die scoped ar aus fortnite die haben wir jetzt nachgebaut hier in dieser wunderbaren klasse natürlich die lead an der version dann haben wir natürlich den raketenwerfer um die base des gegners zu zerstören dann natürlich die granate zum looten habe ich plünderer mit und flinke hände und nachbrenner um einfach den richtigen bums in die sache zu bringen ne gabs wie siehst du das kann man so machen ja kahn family braucht ja der ungefährlichste gametech den ich jemals gesehen habe oh mein gott oh mein gott mach mal das scoreboard auf bei mir lebt es noch oh mein gott leute ich habe noch nie so ein lobby gesehen und ich mache hier die fortnite klasse in dieser lobby ich glaube es nicht heiliger strudelsack mann auch wenn es das nicht gilt alter und er rappt mich absolut son goku digga ok das für eine lobby so ich würde sagen wir gucken erst mal dass wir da oben in nade reinwerfen ja das sind auch zwei die halbe lobby kann sich nicht bewegen ja ist doch geil man kann die einfach erschießen jetzt sind sie rausgeflogen leider ja schade mann die kahn family hat es nicht geschafft die kurbel ist doch abgebrochen ok let's go mit übersteuerung direkt oh mein gott digga ich werde so ready ja ja ich habe nicht mehr schaden bekommen alles klar so ich hole den ich habe ihn weggesiebten weggesiebten natürlich hinter uns hinter uns warte wo ist er da drin da drin ist da oben oh gott er ist unter mir nein er gibt mir so heftig aber ich sehe gerade einen gegner sw haben noch einer oh gott der squad ist ausgereichert ich habe die munitionskiste nicht mitgenommen ja ich habe gerade munitionskiste bekommen zum glück ja ich habe auch gelootet hinter mir oh 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 nachgeladen nachgeladen ich bin ich versuche mal als ob das funktioniert ok ich versuche es jawoll schön ok RPG geht einfach immer ja jetzt gehe ich einen turn wieder ne doch nicht ok hab ihn gelootet hab wieder RPG Munition ja ok das ist gut boah ich mach erstmal kurz übersteuerung an hier huuu oh er hat mich geholt alter ist man damit schnell das ist so geil ok wo sind die spawnen die da ne ok immer noch ein RPG als ob hier keiner oh mein gott digga das ist zu krass genau das ist wirklich genauso überpowered wie in fortnite meine lila AR meine scoped AR hat bis jetzt aber noch nicht so viel arbeit gemacht aber die ist hier schon besser als im fortnite muss man sagen nein schluss priorisierung sein vater aber wo ist der andere wo ist der andere ui warte ich hab noch ein ja jetzt kann ich ihn holen verdammt ok ich hole den Lootballon komm her wo bist du so was haben wir drin ein geschütz ok ich wüsste glaube ich schon oh mein gott rocket launcher ist so heftig digga RPG erstmal raus komm schon ja aber die zone moved wir müssen move'n ah die zone moved ja die zone ist ja spawn oh mein gott nein oh hab ihn richtig schön geholt hey ich hab gelootet aber ich weiß nicht nein nein bitte bitte oh gott als ob ich bitte stirbt noch na nein ich dachte ok geschützt kommt gut welche farbe deine AR eigentlich ich hab ne ähm goldene ach ne goldene sogar krass also sie ist sozusagen oh gott oh ich hab nen trickshot gemacht aber was für einen oha what the fuck also ich hab wieder loten oh da kämpfen zwei mit fallen guck mal ob das ankommt stimmt fallen gibt es ja auch ja ja ok den hab ich komm schon ja den hab ich auch hab ich auch ok schön oh da hab ich ihn richtig schön genannt mit RPG ah das war fast der mega RPG shot der ich so aus deiner base geholt ja jetzt hab ich den ich muss leider zugeben dass ich die meisten kills mit RPG mach aber mit goldenen RPG ist natürlich auch nicht so schwer boah den golden brauche ich auch noch man ich hab den normalen alter aber die runde ist richtig geil irgendwie also die fühlt sich voll geil an ich weiß noch so als wäre es jahre her dabei was baby 2 oh gott oh mein gott hab ich ihm gegeben RPG angehittet und dann schnell noch gewechselt ah double oh mein gott man kann doch auch double pump machen lass uns das bitte nächste runde machen mit euer Dingens double pump ja ist das nächstes Video sozusagen meinst du oh oh ich brauch ja frischen loot oh ich brauch frischen loot ja da hab ich ihn raus geholt aus deiner base ja double pump ok Leute lasst uns mal ein like wenn ich double pump machen soll der kommt dann auch die nächsten Tage noch ein Video boah es gibt so viele Möglichkeiten aber noch möglichkeiten ok leute weiter gehts ja mit der scope der r und apg jetzt in der kleinen zone ja die zone ist richtig klein gerade boah ich versuche hier direkt alles alter ich werfe hier direkt alles rüber was es gibt ich hab ja wollen wir sagen Colette gemacht mit apg wenn wir das so zählen oh mein gott hab ich den auch noch geholt oh mein gott als ob ich so ein aim hab gerade was hab ich ihm für ein Ding gegeben nein jawoll er ist so schlecht alter ich versuche jetzt ganz schnell in den spawn zu kommen oh gott er war so überfordert und du hast ihn so hingerichtet mit dem apg nein schade belastend apg hätte ich echt gedacht dass der so stark ist auf nuketown ist es halt wirklich schwer diesem fortnite stil weil die waffe passt sowas von nicht zum map na ja da hab ich dir ne apg aber die gegner haben auch ne apg oh mein gott ja ich seh ihn grad schon ja ich hab ihn bekommen oh gott es sind mehrere ne ja jetzt haben wir grad richtig viele die haben mich überrascht oh mein gott als ob ich hier wirklich zwei geholt hab und ja ich verfiss mich let's go nein als ob NEIN WAS ok wie hat er mich gewallbanked leute alles klar digger ok apg ich hab einen gelootet zack jawoll digger ich bin schon apg killer geworden jetzt ja den krieg ich komm den will ich noch haben oh ist so überaimt den loote ich schnell nein ah belastend krass ist positiv ich haste 2 akd hat ich weiß nicht wie das geht ah er hat minigun hat minigun hat minigun oh nein oh nein willst du ihn zu holen NEIN er ist gerade so rüber gesprungen ich glaub's nicht und ich werde so gespawnt ich bin grad gespawnt vor einer sekunde du hast mich grad so blockiert beim warrun das hab ich noch nie gesehen im ganzen leben jetzt tu mich jetzt tu mich als ob ich ihn hole das war unglaublich das war das krasse was ich jemals gemacht habe oh mein gott ok ich liebe diese superlative man es muss sein aber hier in tomato town ist echt behindert ja aber immer noch besser ist wenn die zone irgendwie tilted towers zu ende ist wo nur häuser sind weil die leute campen ja aber man sieht man kann nicht jede runde den epic win holen ok ich hab direkt lead an der AR ne schaff ich hab schon den blauen her gefunden ich versuche zwar was aber das kann man nur wenn man hände hat und ich glaub das ist bei mir nicht mehr der fall oder warte gucken wir mal wir haben RPG aufgehoben ok es funktioniert noch kein kill kein kill jetzt aber also ich hatte eigentlich nur einen Lootballon das ist halt das traurigste an dem Video bisher nur ein Lootballon so leute es ist aber auch schwierig mit dieser waffe zu spielen die Dingo mit Varix gefällt mir ein bisschen besser ja hoffen wir mal dass die scoped MGs reinpatch stell dir vor ein MG im vorten halt wow so ne LMG mäßig ne sogar mit ja ja also jetzt kein Minigun Ding sondern halt was ordentliches ja ah der Typ hab ich so hart erwartet aber na vereinigt zu starten ok den hab ich ich mach Anschlag auf ihn nein ich schaffs nicht mal der Mcdennis brät mich schon wieder man ich bin keine Gegner mehr Digga den einzigen den ich kille die ganze Zeit ist der beste von denen weil ich nämlich die Laufwege von den Gegnern nämlich so dumm sind alter ohne Witz man ich hab hier wenigstens ich hab grad ich kill nur diesen armen K Randy ja den kill ich auch sehr ja aber das ist lustig weil das der beste von denen ist Digga oh god jetzt hab ich fast einen Selbstmordattenschlag Atenschlag Atenschlag Mann Wird gar Atenschlag nein ich hab so ja doch ich nehm noch nein 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 das gibts nicht das gibts nicht nein ja die Nate hat ihn echt geholt wie der armen K Randy er hat so ein Pech mein Gott hab ich schnell gelootet der sollte sich mal umdrehen da hinten er dreht sich um und fickt also meine Mutter wirklich also das war eigentlich ok ich dacht schon wo ist der Typ man ich hab Angst dass er einen Atenschlag auf mich vor hat ey was ey was ist das für ne Runde ey man gäbs ich hab so nen Lachglas steckt Alter ich komm nicht mehr raus ich hab mich zu drauf gefetzt nein hinter mir nein Mann am K Randy ich glaub so nen Lachflasche mehr würde noch nie als Video aufgezeigt oh mein Gott das oh mein Gott oh boy ich glaub ich hab das hochgeladen ich hab so Tränen in den Augen oh 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 Alter hab ich ihr die Gebärmutter zerschossen oh oh boah das Slide ist so geil oh mein Gott Übersteuerung hat schon Style vor allem wenn man direkt ankommt und stirbt okay Leute ich würd sagen das wars lasst dem Video gerne ein Like da es hat unglaublich viel Spaß gemacht diese Fortnite Klasse auszuprobieren wenn ihr keinen Like da lasst dann gibt es einen Atenschlag auf genau schreibt auf jeden Fall auch in die Kommentare was ihr noch für Sachen mit Fortnite vergleichen würdet dann würd ich sagen ich bin raus für heute haut rein bis zum nächsten Mal Ciao